Hallo und herzlich willkommen zu 4.2. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Nehmen wir auch mal gleich los. Der Abschnitt heißt Niedergang. Abschnitt 6. So, wollen wir mal gucken. Abonnieren! Na bleib so stehen ne, das ist natürlich doof. Ah, wurde ich schon entdeckt. Scheiße. Naja. Schwierigkeitsgrad ist. Oh, okay. Ah, okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da müssen wir uns dann schnappen. Okay. Da haben wir ihn. Perfekt. Okay. Okay. Ah. Gut. Jetzt haben wir den Roboter ausgeschalten. Das sieht dann mal super aus. Oh, das ist schlimm. Ich glaube, der ist ja nicht schwer. Und nicht da. Und die Frage, ob wir jetzt davon kommen. Okay. Okay. So. Was hat er denn? Ähm. Bolzenschuss gerät oder war das das? Nagelknaller war wahrscheinlich. Nagelknaller war wahrscheinlich. Ich weiß, welche kommen. Ähm. Moment mal. Das ist, ähm. Ne, braucht man nicht. Gut. Dann wollen wir da mal gucken. Was ist denn noch weiterkommen? Ah, okay. Da hinten wird es wohl nicht mehr heben, denke ich mal. Können wir mal gucken? Nö, ist nicht mehr. Okay. So, wir haben ja noch eh mal Lesestopp. Wer lesen möchte, bitte pausinieren. So. Dann haben wir den Druck durch. Äh, nicht wundern, äh, sind so ein paar kleine Hänger drin. Da vorne. Das liegt daran, äh, dass ich gerade ein Video im Hintergrund hochlade. Was ich vermute, das mal, dass es da rein liegt. So. Boah. Hier müssen wir ja irgendwas. Hier müssen wir ja unsere kleine wieder durchgerannt sein hier. Okay. Hier geht's weiter am Text. Licht aus. Tür auf. Gucken wir mal. So. So. Speicherpunkt haben wir erreicht. Mit einer schaut aus. Dann geht's. Da geht's. Irgendwann. Schaut sich in die Luft aus. Da geht's. Wir müssen noch schauen. Scheiße. Tja. Das war wohl mit dem Bus. Okay, vielleicht immer hier da hinten eine Rüstung laufen. Müssen wir mal gucken. Minipack ist sehr schön. Da haben wir sonst noch eine Tür. Die werden aber noch nicht öffnen. Oder? Naja, doch. Können wir eigentlich nicht. Ah, unsere Freunde, die Geister sind wir da. Ähm, warte mal. Bevor wir jetzt da rein gehen, wer bräuchte eigentlich noch eine schusssichere Weste. Ich denke mal, da werden wir immer keine kriegen, ja. Naja, die wird nicht danach aus. Gut. Dann probieren wir jetzt hier hin weiter. Wie ihr sagt, sollten euch meine Videos gefallen, äh, äh, lasst einen Daumen hoch da. Beziehungsweise kommentiert meine Videos. Ich danke im Voraus. So, und weiter jetzt. weil es da ist der Geist. Aber... Diesmal greift er nicht an. Mal staune. was denn los da war ja perfekt Was ist das? Sturmgewehr? Zurück! Sturmgewehr Haben wir jetzt mehr? Achso, ist glaube ich schon voll, ne? So So, der Krieg geht wieder los Scheiße So Schießen weiter drauf Boah, hat er voll abgeschossen Ne Shit So Wir probieren es nochmal Na Äh, Rüstung müsste voll sein Oh, der Liste und und um und 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 die Dreck so. Perfekt. So. Glück haben wir jetzt alle. So. So. Hm. Okay. Munition brauchen wir aber nicht mehr. So wie es aussieht. Jetzt so weiter hier. Cool sichere Weste. Sehr schön. Oder besser gesagt Panzerung. Dass wir ein bisschen mehr aushalten. So. Scheiße. Ich decke dich. Verstanden. Schau. Ja. Schau. Ich glaube, wie einer lebt, oder? 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 Oh je, oh je, oh je, oh je, da hat's mich zerrissen. Mein. So. Will man einfach nochmal. Verteilen und absuchen. Ich denke dich. Okay. 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 Hallo Das ist ja noch nicht schön Okay, jetzt haben wir die mit deiner gleichen Waffe bekämpft. So, ich glaube, wir haben sie geschafft. Wie sie sich bewegen hier. Boah, Gott sei Dank, wir sind durch. So, nochmal ein bisschen Munition, Panzerung. Sehr schön. Backit, ich glaube, ich habe was gefunden. Halfords Daten zeigen einen Versorgungstunnel der Armecum, von der Klinik bis nach Still Island. Die U-Bahn-Linie schneidet diesen Tunnel nahe King Street. Dieser Tunnel ist unsere Chance. Mhm, okay. Dann probieren wir das einfach mal gleich. Warte mal. Ja, sind wir jetzt hier lang, oder sind wir da lang? Okay. Klick mal aussuchen, okay? Ich würde doch den anderen Weg vorziehen. Erstmal da gucken. Ah, gut. Was ihr das erledigt. Ja, wie gesagt, entschuldigung wegen die Hänger hier im Video. Ja, aber da kann ich jetzt leider nicht ran. Was ist das? Ja, ich würde doch mal nachdenken. Was ist das? Ja. Oh, was ich wirklich laut? Oh, wie gesagt. Oh, was ich da? Ja, ich würde dochuerde. Ja, ich würde doch mal nachdenken. Oh, was ich da? Wir kommen hier. So. Ja, Leute, das ist halt... Halt, 3-1-1, die ist gerade in. So. Okay, die Hänger sind natürlich ein bisschen doof in dem Video jetzt. Ich verspreche euch, das nächste Video wird es ja nicht sein. Krass, absolut krass. So, dann mal. Wir gucken mal erstmal rum. Vielleicht kommen wir da noch an der Panzer rum, wo der rum wird. Ja, sehr schön. Ja. 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 Ah, jetzt nur los. Okay, gut, wir werden weitermachen im nächsten Part, bis dahin sage ich Tschüss.